So sah die erste Flugsimulation von Eagle Dynamics aus. Das war 1995 und das Spiel hieß Su27 Flanker. Und so sieht die Su27 im aktuellen Spiel des russischen Entwicklerstudios aus, nämlich in DCS World. Einer der letzten großen, aber zugleich auch einer der detailliertesten Militärflugsimulationen, die es für den PC gibt. Ich spreche heute mit DCS-Profi Sebastian Markert, den ihr vielleicht von seinen Videos zum Spiel auf dem YouTube-Kanal RakuSat kennt. Er erklärt uns, wie leicht oder schwer der Einstieg in diese Simulation ist, welche DLCs ein guter Startpunkt sind und wie DCS in den Kampagnen und im Multiplayer funktioniert. Bevor es richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Bis zum 19. Mai könnt ihr alle Maps und fast alle Flugzeuge von DCS World kostenlos ausprobieren. Das Angebot gilt für die ohnehin kostenlose Grundversion von DCS, die ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels herunterladen könnt. Wenn ihr die DLCs in dieser Phase dann auch kaufen wollt, bekommt ihr zudem 50% Rabatt und wenn ihr beim Kauf das Codewort GAMESTAR10 eingibt, gibt es nochmal 10% Rabatt dazu. Alle Details zum Angebot findet ihr in der verlinkten News in der Videobeschreibung. Und wenn ihr DCS World statt über die offizielle Entwicklerwebseite über Steam herunterladen wollt, könnt ihr auch einige der Flugzeuge kostenlos ausprobieren, darunter die F-18, die F-16 und die A-10. Auf Steam gilt das Ausprobierangebot allerdings nur bis zum 3. Mai. Weitere Details zu den dann folgenden Rabatten auf Steam gibt es ebenfalls in der verlinkten News. Hallo Sebastian. Hallo Christian, grüß dir. Ich danke für die Einladung und natürlich auch hallo an alle da draußen. Gerne doch. Fangen wir mit einem Überblick an, damit alle die Zuschauer mal wissen, worum es denn da überhaupt geht. Was genau ist denn das DCS World? Was steckt da alles drin? Fangen wir vielleicht mal an mit, wofür DCS eigentlich steht. Das ist die Abkürzung für Digital Combat Simulator und das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Der Entwickler selbst bezeichnet das als digitales Schlachtfeld oder als Schlachtfeld-Simulator und er hat sich authentische Simulationen auf die Fahne geschrieben. Der Fokus liegt dabei deutlich auf der doch sehr detaillierten Simulation von größtenteils militärischen Flugzeugen und Helikoptern aus verschiedenen Zeitperioden. Also quasi vom zweiten Weltkrieg von den Warbirds bis heute zu modernen Fliegern. Es ist eine militärische Hardcore-Flug-Simulations-Sandbox. Sandbox heißt hier, es ist ein großer Sandkasten, denn es kommt auch mit einem integrierten Missionseditor dabei. Ähnlich wie bei Arma und das bietet sehr viele Freiheiten. Jetzt gibt es doch aber auch irgendwie Bodenkämpfe oder? Man kann doch auch mit Fahrzeugen umfahren. Es gibt auch Bodenkämpfe. Es gibt da ein Modul namens Combined Arms und damit kann man dann auch die Steuerung von Fahrzeugen übernehmen und sich da wirklich in die Fahrzeuge reinsetzen. Die sind nicht so detailliert wie die Flugzeuge. Man hat da kein Bedienfeld eines Panzers oder sowas vor sich, sondern nur ein etwas, ich möchte fast sagen rudimentäreres UI, eine Art hat, um ein Fadenkreuz zu zielen. Damit kann man aber dann auch Bodenkämpfe wirklich steuern. Und das tun dann alle zusammen, wenn man im Multiplayer ist, auf einer Map? Also es sind nicht zwei getrennte Spielmodi? Nee, das ist ein vollständig integrierter Spielmodi. Dafür steht so ein bisschen das World. Es findet alles in einer Welt statt. Ja, du hast gerade schon zwei Stichpunkte gesagt, über die wir heute viel reden werden, nämlich einmal Hardcore und einmal DLCs. Fangen wir mit dem ganzen Bereich Hardcore an. DCS hat den Ruf, eine wirklich sehr authentische und sehr, aber auch sehr schwierig zugängliche Simulation zu sein. Wie Hardcore ist dieses Spiel tatsächlich? Das ist eine wirkliche Hardcore-Flugsimulation. Im Englischen gibt es da den schönen Begriff Study-Sim für. Das heißt, man muss diese Simulation im Kern wirklich irgendwie so ein bisschen studieren. Die Flugphysik und das Flugmodell sind extrem realistisch und basieren auf sehr viel Mathematik und sehr viel Physik. Das heißt, wenn man in diesem virtuellen Cockpit drin sitzt, dann muss man diese ganzen Schalter an dem Cockpit auch wirklich klicken und die ganzen Systeme bedienen. Das heißt, auf der einen Seite, man kann Prozeduren aus der echten Welt durchaus anwenden in dieser Simulation. Aber im Umkehrschluss heißt es natürlich, man musste es auch erst mal irgendwie lernen. Genau dieses Lernen ist aber auch der extreme Spaß für sehr viele Leute daran, diese ganzen komplexen Systeme zu lernen. Wie viel Zeit sollte man sich denn da nehmen, wenn man auch nur ansatzweise in diese Simulation reinkommen will? Reicht da ein Abend, um zumindest mal das Flugzeug aus dem Hangar rauszukriegen auf die Rollbahn und in die Luft und vielleicht auch mal eine Rakete abzuschießen oder muss man da mehrere Tage einrechnen? Ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Das hängt von ziemlich vielen Faktoren ab. Einerseits, was sind wirklich die eigenen Ziele? Möchte ich einfach wirklich nur erstmal irgendwie in die Luft oder möchte ich direkt moderne Waffen einsetzen? Und es hängt auch davon ab, wie viel Vorwissen man mitbringt. Im Kern ist es, wie ich gerade schon sagte, wirklich eine Study-SIM. Das ist sehr ähnlich zu dem, wer es noch kennt, zu dem alten Felken 4.0 von vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Bei komplexen Modulen, wie zum Beispiel so eine A10C, da kann selbst der Kaltstart schon viele Nachmittage und Abende in Anspruch nehmen, wenn man das wirklich ordentlich machen will. Und danach laufen zwar die Triebwerke, aber man steht halt immer noch am Boden. Man kann dann weitermachen mit, okay, wie hebe ich ab, wie fliege ich rum, wie funktionieren die Navigationsgeräte, wie funktionieren die ganzen Waffensysteme. Das ist ja im Prinzip eine Waffenplattform, die man fliegt. Und die ganzen Themen sind nochmal deutlich komplexer. So komplett ohne Vorwissen ist es durchaus möglich, am ersten Abend in der Luft zu sein, wenn man, ja, ich sag mal, die diversen Hilfsangebote annimmt, die es so gibt. Die Lernkurve in DCS ist extrem steil. Das wissen so ziemlich alle, die da mal reingeschnuppert haben und deren Hobby das ist. Es gibt aber super viele Angebote, die die Kurve abflachen sollten. Abgesehen davon, wenn man nicht irgendwie sich mit diesen ganzen Schaltern am Boden und der ganzen Startprozedur befassen möchte, dann gibt es auch immer noch den Missionseditor. Da kann man sich halt einfach in die Luft setzen und startet direkt in der Luft und kann direkt rumfliegen. Das geht durchaus. Wenn man so ein kleines bisschen Vorwissen mitbringt, dann ist auch ein rudimentärer Waffeneinsatz am ersten Abend nicht wirklich unrealistisch. Der beschränkendste Faktor bei all dem ist wirklich die Zeit. Also wenn das Interesse vorhanden ist, das Interesse an der Luftfahrt und das Interesse sich ein komplexes System einzuarbeiten, dann vergeht die Zeit wie im Flug und ich packe jetzt mal fünf Euro in die schlechte Wortspielkasse. Sprechen wir ein bisschen über dieses Training. Wie sieht denn das aus? Hat man da vertonte interaktive Tutorials? Muss man da sich seitenweise PDFs ausdrucken oder am Bildschirm lesen? Wie unterstützt das Spiel den Spieler konkret? Naja, sowohl als auch. Also es gibt voll vertonte Trainingsmissionen, wie du gerade schon gesagt hast. Die sind sehr geführt mit vielen Hilfselementen dabei. Also wenn es darum geht, irgendwelche Manöver zu fliegen, dann hat man meist so grüne schwebende Tore in der Luft, die einem das wirklich schön visualisieren. Oder wenn es gerade mal um die Kaltstartprozedur geht, dann hat man im Cockpit so kleine Hervorhebungen, die auf die Schalter zeigen, die man gerade drücken soll. Sodass man eben nicht im Handbuch fünf Seiten vor und wieder fünf Seiten zurück und Schalter suchen. Also da wird man schon sehr gut drangeführt. Aber die Trainingsmissionen ersetzen halt auch nicht das Study in Study-SIM. Deshalb braucht man nach wie vor immer noch ein Handbuch und das kann wirklich groß werden. Wer damals Felgen 4 hatte, weiß, wie dick dieser Klöpper von Handbuch war. Das gibt es hier in ähnlicher Form, nur nicht mehr in gebundener Papierform, sondern in PDF. Und das kann auch mal mehr als 600 Seiten groß werden, gerade bei komplexeren Modulen wie so einer A10C oder auch so einer F18C Hornet. Dahingegen die nicht so ganz komplexen Module, da ist natürlich auch das Handbuch schlanker. Ist aber ein sehr gutes Nachschlagewerk. Davon abgesehen, ich interpretiere da so ein bisschen rein, das war so ein bisschen die Frage nach Einsteigehilfen, gibt es ein paar. Also, um es direkt ganz klar zu sagen, man kriegt DCS nicht auf so ein, auf das Niveau eines Arcade-Shooters wie ein Ace Combat oder ein Hawks oder sowas. Das geht einfach nicht. Das möchte DCS aber auch nicht sein. Stichwort Authentizität. Es gibt teilweise gameplayvereinfachende Funktionen, so kleine Checkboxen, die man aktivieren kann, wie unbegrenzter Treibstoff oder unbegrenzte Munition. Daneben gibt es für, ich meine für jedes Luftfahrzeug, eine Autostartfunktion. Das heißt, man muss sich schon mal nicht mehr mit dieser Startprozedur am Boden beschäftigen. Die kann anfangs nämlich sehr einschüchternd wirken und für viele ist die Startprozedur auch ziemlich langweilig, weil dann sitzt man da halt wirklich acht bis zehn Minuten rum, während irgendwelche Systeme im Flugzeug booten oder sich mal so ein Navigationssystem ausrichtet. Deshalb gibt es da eine Einklicklösung, da muss ich nur noch eine Taste drücken und der Rest passiert vollautomatisch. Und was ich ganz gerne immer noch so als Einsteigerhilfe in Anführungsstrichen sehe, ist das gesamte Flaming Cliffs 3-Paket oder FC3, wie es ganz gerne mal abgekürzt wird. Flaming Cliffs ist der Nachfolger von Lock On, falls noch jemand des älteren Semesters das Spiel kennt. Das kam so Anfang der 2000er. War auch schon von Eagle Dynamics entwickelt und ich glaube damals von Ubisoft rausgegeben. Das ist ein Paket aus mehreren Luftfahrzeugen. Ich glaube vier oder fünf. Und unter anderem das kostenlose russische Bodenkampenflugzeug, die Sufirm 20T, die in der Basisversion einfach dabei ist, das ist da quasi auch Bestandteil von, denn es ist auf demselben Level simuliert. Die Flieger da drin sind zwar immer noch realistisch, was Flugmodell und Flugphysik angeht, aber sie haben eine deutlich reduzierte Systemkomplexität. In den Fliegern kann ich keinen Schalter im Cockpit drücken, muss ich aber auch gar nicht, denn hier laufen komplexe Aktionen per Tastaturkommando. Also hier kann ich die ganze Maschine so oder so mit zwei, vielleicht auch drei Tastaturkommandos anschalten und ich gehe mit einem Tastaturkommando in den Bodenkampfmodus oder sowas. Das kann sich extrem lohnen, wenn einem ein voll klickbares Modul, also ein Modul, wo ich da wirklich die Schalter im Cockpit klicken muss, wenn das erstmal viel zu einschüchternd wirkt. Zu den Flaming Cliffs 3 gibt es auch schon einen angekündigten Nachfolger namens Modern Air Combat oder kurz MAC oder MAC, der irgendwann demnächst erscheinen wird und das Sortiment der Flugzeuge nochmal erweitert, aber das Niveau beibehält. Also da muss man dann auch keinen Schalter mehr klicken. Jetzt müssen wir glaube ich tatsächlich mal ein bisschen tiefer reingehen in die Struktur von DCS, denn du sprichst jetzt immer wieder von Modulen, wir reden ja von DLCs. Also wie ist das aufgebaut, was kriegt man, wenn man sich jetzt einfach nur DCS World runterzieht und warum ist da immer von Modulen die Rede? Wir nennen es Module, im Kern sind es im Prinzip DLCs. Wenn man sich DCS runterlädt, das kann man einfach erstmal so tun. Es ist im Kern Free2Play, kommt mit einer Karte und zwei Flugzeugen daher und der Rest sind Zusatzmodule, so wie man das auch von einem X-Plane kennt oder von einem Eisenbahn-Simulator. Wobei jedes dieser Zusatzmodule, mal abgesehen von diesem Flaming Cliffs Paket, was ich erwähnt habe, ist jedes dieser Zusatzmodule im Kern halt seine eigene Studysimulatur und somit im Kern eigentlich ein eigenständiges Spiel, wenn man das so betrachten möchte. Jetzt haben wir Flaming Cliffs 3 als verhältnismäßig Einsteiger, sage ich jetzt mal, vereinfacht, Einsteiger DLC-Modul. Was wären noch DLCs, wo du sagen würdest, das ist ein guter Startpunkt, wenn man ganz neu in dem Spiel ist? Ich möchte eigentlich davon absehen, irgendein bestimmtes Modul zu empfehlen, denn das mit Abstand beste Modul für Einsteiger ist das, was einen interessiert. Bei DCS und den ganzen Studysims geht es wirklich darum, diese komplexen Systeme zu lernen und das funktioniert am besten mit einem ordentlichen Interesse dahinter. Die Lernkurve ist am Anfang so oder so richtig, richtig steil. Das heißt, im Kern ist sowieso jedes Modul irgendwie gleich gut geeignet, wenn denn die Lust zu lernen da ist. Da aber natürlich auch die Authentizität im Vordergrund steht, darf man natürlich jetzt nicht einfach wahlfrei sagen, okay, das Flugzeug, das sieht gut aus, das nehme ich. Man muss auch so ein bisschen den Einsatzzweck des realistischen, also des echten Flugzeugs oder des echten Hubschraubers betrachten, denn so eine A10 oder so eine AJS-37 Wiggen, die wird man eher nicht in Luftkämpfen sehen, weil sie dafür nicht designt worden sind. Das muss man also durchaus dazu betrachten. Was man natürlich beim Einstieg nicht außer Acht lassen darf, ist, dass da auch eine gesamte Community dahinter steht und die ist wirklich leidenschaftlich und äußerst hilfsbereit. Wir freuen uns über jeden neuen Mitspieler und freuen uns natürlich auch, wenn sich dann noch jemand für unser Hobby interessiert und wir erklären super gerne und helfen da wirklich auf die Sprünge. Es gibt super viele Leute, die Tutorial-Videos erstellen, sowohl in Deutsch als auch in Englisch oder wahrscheinlich auch noch anderen Sprachen eurer Wahl. Es gibt extrem viele Leute, die geschriebene Guides produzieren oder irgendwelche Checklisten oder Übersichtshilfen, sonstige Materialien, die einem einfach wirklich helfen. Und da gibt es natürlich dann auch dementsprechende Anlaufstellen. Beste Anlaufstelle am Anfang wahrscheinlich das Discord von Eagle Dynamics, das offizielle Discord oder auch das offizielle deutsche Supportforum. Wenn man des Englischen mächtig ist, dann gibt es noch größere Communities, da gibt es ein ganzes Subreddit für und es gibt natürlich auch viele kleinere Foren oder Discords von diversen Gruppierungen, wo man sich wirklich einfach anmelden kann und einfach mal nachfragen kann. Wir sind da alle äußerst freundlich und extrem hilfsbereit. Was sollte man denn an Hardware mitbringen? Ich sehe schon, du hast an deinem Headset schon, wer das vielleicht kennt, so eine Track-IR-Geschichte, das ist um die Kopfbewegung von dir zu scannen, damit du dich frei im Flugzeug umschauen kannst, oder? Habe ich glaube ich auch irgendwann mal bei Armour mal ausprobiert, aber es ist lange her. Was brauche ich alles? Brauche ich ein, reicht mir Maus und Tastatur? Reicht mir ein Gamepad? Brauche ich ein komplettes Cockpit im Keller eingebaut? Wie sind die Hardwareanforderungen? Ein Joystick und ein Schubhebel sind hilfreich, aber absolut nicht zwingend notwendig. Rein technisch funktioniert es auch mit Tastatur und Maus. Also keine Sorge, man muss jetzt nicht einen Raum im Keller freiräumen und sich da ein Cockpit nachbauen. Aber man kann es. Zeit und Geld vorausgesetzt natürlich. Der Anfang funktioniert durchaus mit Tastatur und Maus. Auch ein Gamepad funktioniert. Es wird jeder beliebige Spiele-Controller erkannt. Ich persönlich kann für den Einstieg aber wenigstens einen kleinen Joystick empfehlen. Das muss kein 300 Euro Joystick sein. Der kleine 20 Euro Joystick, den man vielleicht noch im Regal rumstehen hat, wird schon für eine deutliche Erhöhung des Spielspaßes sorgen. Danach gibt es eigentlich effektiv keine Grenze nach oben. Man wird wahrscheinlich relativ schnell zu so einer Lösung hier greifen, halt die Hände frei hat, um andere Sachen im Spiel zu machen und man sich trotzdem umschauen kann. Man muss es aber nicht. Neben so einem Head-Tracker funktioniert natürlich auch eine VR-Brille super. Also DCS in VR, das ist pure Immersion und auch ziemlich lustig, weil der Magen beim Start halt wirklich das macht, was ein Magen bei einem Start in einem Flugzeug macht. Ich tippe mal, da braucht man dann aber auch ganz schön mächtige PC-Hardware, oder? Nicht direkt. Man kann die Grafikeinstellung auch relativ weit runter schrauben, ohne dass es jetzt aussieht wie aus den 80ern oder 90ern. Da hat man extrem viele Einstellungsmöglichkeiten, was die Grafik angeht, so wie sich das für ein normales PC-Spiel gehört. In Trailern sieht man ja jetzt auch immer, dass es wirklich sehr schön aussehen kann. Man sieht auch verschiedene Locations, aber anders als jetzt zum Beispiel bei Microsoft Flight Simulator ist hier ja nicht die ganze Welt simuliert. Wo wird denn überall geflogen? Auf verschiedenen eher kleineren Einzelkarten. Es ist vollkommen korrekt, dass nicht die ganze Welt simuliert wird, macht aber teilweise auch keinen Sinn. Der Fokus liegt doch auf militärischen Operationen und nicht so sehr auf Airliner oder Frachtflüge oder sowas in der Art. Die Standardkarte, die in der kostenlosen Version mit dabei ist, ist die Kaukasus-Karte. Da fliegt man zum Großteil in Georgien mit noch einem Teil des Südwesten von Russlands dabei und natürlich dementsprechend auch das Schwarze Meer. Daneben gibt es noch zusätzlich kaufbar und runterladbar die Nevada-Karte. Das südliche Nevada ist damit abgedeckt mit Las Vegas, der Stadt, aber dem Fokus auf der relativ berühmten Nellis Air Force Base und der NTTR. Das sind die Nellis Test & Training Ranges. Das ist ein super großes Übungsgebiet im Norden von Las Vegas, in dem unter anderem auch Area 51 liegt. Ich glaube, das kennt man noch. Und als neuestes Add-on quasi gibt es noch gar nicht so lange den Persischen Golf, die Straße von Hormuz, also Vereinigte Arabische Emirate und Süd-Irak. Und für Leute mit Fokus auf den Zweiten Weltkrieg gibt es speziell die Normandie-Karte, also Frankreich und Südküste Englands, allerdings im Stil bzw. in der Zeitschiene von 1944 gehalten. Das heißt, da sieht man wirklich ältere Fachwerkhäuser und ältere Autos und da fahren Dampfloks. Die Karten sollen aber explizit auch kein 1 zu 1 Nachbau sein, sondern nur eine Repräsentation der Gegend. Also berühmte Landschaftsmerkmale stehen da trotzdem rum, man wird die Gebäude in Las Vegas erkennen, aber es ist halt kein 1 zu 1 Nachbau. Daneben geplant sind in der näheren, vielleicht auch ferneren Zukunft, da gibt es kein Datum für, noch die Marianneninseln im Westpazifik als nächste kostenlose Karte, die wird also so oder so jeder kriegen. Und als nächste kaufbare Karten kommen noch die Falklandinseln im Südatlantik von einem Drittentwickler und von Eagle Dynamic selber noch eine Syrien-Karte. Jetzt fiel schon manchmal das Wort Missionen oder Kampagne. Wie muss man sich das genau vorstellen? Sind das dynamische Kampagnen, wo dann eine ganze Kriegssituation simuliert wird, wie teilweise in früheren Spielen wie Falcon oder TFX oder Nachfolger davon? Oder sind das gebaute statische Missionen, die nacheinander gespielt werden? Dynamisch, wie man es aus Falcon 4 kennt und was viele damals ziemlich gefeiert haben und auch heute noch feiern, ist es leider nicht. Aber eine dynamische Kampagne ist angekündigt für irgendwann in der Zukunft. Im Moment sind es hintereinander geschaltete Missionen, die immer wieder unterbrochen werden von Briefing-Bildschirmen, indem man dann ein bisschen Text präsentiert kriegt mit, was ist eigentlich meine Mission und hier nochmal vielleicht ein Bild für die Taktik und sowas in der Art. Die sind aber auch immer nur für ein Modul. Also man fliegt während der Kampagne immer nur ein Flugzeug. Die folgen auch größtenteils einer Storyline und das wird vermittelt durch Briefings in Textform, wie ich gerade schon sagte, aber auch während den Flügen durch Funksprüche. Da kann eine ziemliche Immersion aufkommen. Man hat natürlich während solchen Flügen auch immer mal wieder ruhigere Phasen, während man zum Einsatzgebiet hinfliegt, während man zurückfliegt. Da kann man auch mal ein bisschen chatten, in Anführungsstrichen. Und das passiert eben durch vollvertrote Funksprüche. Teilweise sind die Kampagnen fiktive Stories. Natürlich, das hat sich ja irgendjemand ausgedacht. Teilweise folgen sie aber auch realistischen Erlebnissen. Es gibt zum Beispiel die Red Flag Kampagnen, die im Prinzip Nachbauten der echten Red Flag Übung sind. Red Flag ist eine große Übung in dem gerade angesprochenen Übungsgebiet, den Nellis Test im Training Ranges. Und bei den Kampagnen haben zum Beispiel auch echte Piloten mitgewirkt, die ja auch wirklich bei dieser Übung in echt mal mitgeflogen sind. Also authentischer geht's eigentlich nicht mehr. Und dann noch mit den ganzen Funksprüchen im Hintergrund, das ist extrem immersiv. Es gibt viele zusätzlich kaufbare Kampagnen, die man sich dann runterladen kann, aber auch kostenlose von anderen Spielern erstellte Kampagnen, die man sich halt einfach so runterladen kann, ohne sie zu kaufen. Und je nach Kampagne kann man die auch im Multiplayer im Koop fliegen, was natürlich auch noch mal ein Anreiz. Daneben kann sich aber auch jeder dank des Missions-Editors relativ einfach Kampagnen selber bauen. Aber Achtung, eine Kampagne setzt voraus, dass man das Modul, was man in der Kampagne fliegt, dass man das beherrscht. Denn das wird einem Datum keiner mehr erklären. Du hast gerade das Zauberwort Multiplayer gesagt. Wie genau, abseits vom Koop-Spielen der Kampagnen, wie genau sieht der Multiplayer aus? Sind da alle in einem Einsatzgebiet unterwegs? Baut man sich quasi, trifft man sich über eine Lobby, sag ich mal? Wie muss man sich Multiplayer in DCS vorstellen? Jeder kann, der möchte einen Server aufmachen. Es gibt eine ganz klassische Serverliste, wenn man im Menü ist, da kann man sich einen Server auswählen oder halt selber einen aufmachen und auf diesem Server, der entweder öffentlich oder privat ist, selbst eine Mission hosten. Oder man geht halt auf einen der schon vorhandenen Server. Im Prinzip funktioniert Multiplayer also so, wie man möchte, weil man dank des Missions-Editors dahinter sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. In der Theorie gibt es für die Server auch keine richtige Spielergrenze. In der Praxis wird aber irgendwann die Performance einen Strich durch die Rechnung machen. Oder auch einfach die Sinnhaftigkeit. Eine Mission mit 200 Leuten ist ernsthaft nicht mehr managbar. Das macht keinen Sinn mehr. Es ist also missionsbasiert und das heißt auch, dass die Flugzeugauswahl, die man so ein Multiplayer hat, stark von der Mission auf dem jeweiligen Server abhängig ist. Es gibt öffentliche Server, die fahren richtige Missionen, also in Anführungsstrichen ernst, vielleicht auch mit einer eingeschränkteren Auswahl an Flugzeugen. Es gibt aber auch öffentliche Server, die komplette Spaßmissionen anbieten, so eine Art Free Flight. Ohne irgendein festes Ziel, alle Module und macht, was ihr wollt. Und dann gibt es auch noch vereinzelt größere öffentliche Server, die so halb dynamische Missionen fahren, mit wechselnden Missionszielen und einer Frontlinie, die sich verschiebt. Da gibt es dann sogar Spieler, die mit Drittprogrammen außerhalb von DCS, eine Art Flugsicherung machen oder Radarleitoffizieren. Kann auch wieder ungeahnte Immersion annehmen. Ich habe mal spaßeshalber nachgeguckt. An einem Wochentag gegen 18 Uhr waren es um die 1.000 Server und um die 2.000 Spieler, wobei 600 dieser 2.000 Spieler so auf die Top 30 Server verteilt waren. Der Rest waren also eher kleinere private Server. Das heißt, für so eine nischenhafte Hardcore-Flugsimulation ist der Multiplayer eigentlich relativ belebt. Auf diesen angesprochenen privaten Servern tummeln sich dann viele kleinere Gruppen. Wir nennen das Geschwader oder Staffel. Das ist in anderen Spielern würde man es Clan oder Gilde nennen. Und die haben wiederum die unterschiedlichsten Ansprüche. Manche springen einfach nur in Maschinen rein und wollen einfach Spaß haben. Andere wiederum wollen so vollständig wie möglich irgendwelche realen Prozeduren implementieren. Und wieder andere wollen so Mitteldingen dazwischen. Das Schöne ist, man ist insgesamt sehr, sehr frei in dem, was man machen möchte und kann sich auch ein bisschen verwirklichen in dem, woran man Spaß hat, solange man Interesse für die Luftfahrt mitbringt. Man wird da in keinerlei Schiene gedrängt. Jetzt haben wir verhältnismäßig nüchtern. Passt ja auch zum Thema einer anspruchsvollen realistischen Simulation eigentlich zusammengefasst. Was ist da drin? Was wird da so geboten? Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auch über die Qualität sprechen und über das, was da gut ist und was vielleicht eben auch nicht gut ist, was auf den Wunschlisten der Community steht, was sich verbessern soll. Was ist gut an DCS und was ist nicht gut an DCS, frage ich dich als aktiven Spieler. Die Community dahinter ist ganz generell extrem leidenschaftlich, wie sich das für eine Flugsimulations-Community gehört. Und das heißt auch, dass jeder so seine eigenen Baustellen und auch so seine eigene Wunschliste hat. Dennoch gibt es durchaus bei manchen Themen Konsens. Es sind sich zum Beispiel alle darüber einig, dass eine große Baustelle die KI ist. Die ist teilweise etwas überfordert. Oder auch das Wettersystem. Das Wettersystem ist auch eine nächste große Baustelle. Das ist im Verhältnis zu anderen Flugsimulationen relativ rudimentär. Wolken auf verschiedenen Schichten sind hier leider noch nicht möglich. Die gute Nachricht ist, das sind beides Themen, die sind angekündigt bzw. es ist angekündigt, dass daran gearbeitet wird. Oder auch Fluglotsendienste, also Air Traffic Control, ATC, die Leute, die im Tower sitzen, ist von der KI her auch sehr rudimentär. Aber auch daran wird gearbeitet. Was bei der Community ganz ganz weit oben auf der Wunschliste steht und was endlich nach langer Zeit angekündigt wurde, ist genau so eine angesprochene dynamische Kampagne, wie wir sie jetzt schon mehrmals thematisiert haben. Und davon abgesehen hat so ziemlich jeder seine eigene Wunschliste an Luftfahrzeugen, die er ganz gerne in DCS sehen würde. Hoch im Kurs steht zum Beispiel ein Tornado oder eine F4 Phantom, die man durchaus auch aus Deutschland kennt. Davon abgesehen können dann manche, bis wenn nicht sogar viele Wünsche, aber auch per Mod, also per Modifikation realisiert werden. Zum Beispiel Bodeneinheiten oder teilweise Waffentweaks oder sowas in der Art. DCS hat da einen sehr guten Mod-Support, mit dem man einiges machen kann. Jetzt ist eine Sache bei dem Spiel, dass diese DLCs teilweise sehr teuer werden. Zu Normalpreisen, wenn nicht gerade irgendwelche Rabatte oder so sind, sind die teilweise über 60 Euro teuer. Sie kommen manche direkt von Eagle Dynamics, viele aber auch ähnlich wie bei anderen Flugsimulationen von anderen Herstellern. Gibt es irgendwie einen Marker für dich, wo du sagst, daran kann man die Qualität erkennen oder gibt es irgendwie bestimmte DLCs, die herausragen? Kann man zum Beispiel immer sagen, Eagle Dynamics DLCs sind immer die besten oder gibt es auch andere, die auf das Level kommen? Nicht direkt. Also es gibt nicht direkte Marke, an denen man das festmachen kann. Jedes Modul, was man kauft, das hat eine gewisse Qualität. Ich sag mal so als Baseline quasi. Also man kann davon ausgehen, dass man, ich sag mal grob 95 Prozent der Schalter im Cockpit bedienen kann und dass auch die Systeme dahinter adäquat simuliert sind. Jetzt hat es in letzter Zeit Heatblur mit der F14 Tomcat geschafft, sich doch irgendwie nochmal davon abzuheben. Sie haben einfach eine atemberaubende, immersive Qualität abgeliefert. Die F14 kennt man vielleicht noch aus Top Gun, damals aus dem Film. Für mich war es der Jet meiner Kindheit und in meinen Augen hat der Jet aber auch in der Simulation einen Maßstab für Flugsimulationen ganz allgemein gesetzt. Das hört sich total komisch an, aber irgendwie fühlt man den Jet. Das fühlt sich einfach so unglaublich an und man hat auch noch eine kleine KI auf dem Rücksitz sitzen. Das ist eine zweisitzige Maschine, der hinten drin steuert Radar und Geräte und so ein Krams. Und der redet auch mit einem. Und denen kann man auch Kommandos geben, weil man da mit der KI zusammenarbeiten muss. Wenn der hinter einem dann auf einmal sagt, wo er jetzt gerade die feindliche Maschine sieht, das ist schon wirklich gut. Aber Vorsicht, das Ding ist anspruchsvoll zu fliegen. Bei den ganzen restlichen Modulen, das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie schlecht sind oder sowas. Ganz im Gegenteil, die sind auch wirklich gut. Aber die F-14 hat es irgendwie geschafft, nochmal ein Level draufzusetzen. Ja, also die F-14, auch mein Flugzeug der Kindheit. Also Top Gun hat wahrscheinlich jeder, der so in unserem Alter ist, noch halbwegs in Erinnerung. Wenn ihr sie ausprobieren wollt, sie gibt es als DLC für DCS World. Das Grundspiel gibt es kostenlos. Schon mit ein oder zwei Maschinen, glaube ich, drin. Einer aus dem Zweiten Weltkrieg und dieses Bodenflugzeug, was du gesagt hast. Das Bodenangriffsflugzeug. Da kann man zumindest mal reinschnuppern und gucken, kommt man überhaupt halbwegs rein? Ist einem das zu viel? Ist einem die Zeit wert, die man da tatsächlich reinstecken muss? Sebastian, vielen Dank für den Überblick zu diesem wirklich sehr, sehr komplexen und umfangreichen Spiel. Gerne. Ich bedanke mich für die Einladung. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es vielleicht selber mal ausprobiert habt, wie es euch gefällt, ob ihr hardcore genug seid für DCS World. Das war es von unserer Seite. Macht's gut.